Hallo, ich bin Sven, ich bin hier der Moderator. Ich sorge hier für den Ablauf der Versammlung. Ich erkläre nochmal kurz, wie es funktioniert. Hier der Widersprechende, der jugendfreundlich und gewaltfrei sich ausdrücken kann und sich an unseren Rederahmen von sechs Minuten hält. Und, ja, bitte ganz kurz, sich an unseren Rederahmen von sechs Minuten hält. Haben wir noch mehr Regeln? Ja, der gute Ton. Bitte nicht reinschreien, ich habe hier ein Mikrofon und keine Stimpfwörter verwenden und so weiter. Ansonsten kann hier jeder sprechen und gewaltfrei und jugendfreundlich geht es hier auch weiter. Wir haben auch eine Spendendose, also diese Versammlung trägt sich fast von alleine. Also wer die Spendendose füttern möchte, kann sie dann auch nochmal, genau, füttern. Und das Mikrofon bleibt offen, gewaltfrei, jugendfreundlich. Bitteschön, da kommt schon der Nächste.